Falls du Online-Händler bist, dann hast du sicherlich schon mal was von dem Verpackungsgesetz gehört. Aktuell steht mal wieder für alle Online-Händler im Versandhandel ein wichtiges Meldedatum bevor, welches du nicht verpassen solltest, um unnötige Kosten zu vermeiden. Aber auch alle wiederkehrenden Aufgaben, die jährlich zu dem Verpackungsgesetz dazugehören, spreche ich in diesem Video an. Viel Spaß bei diesem Video, ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wie bereits angesprochen, geht es heute um das Verpackungsgesetz und die Stichtage, die ihr beachten solltet, um hier keine Fehler zu machen und intensive Kosten zu vermeiden. Ich habe für euch hier mal wieder eine Präsentation vorbereitet, anhand der ich euch gleich zeige, welche Stichtage ihr beachten solltet, wie ihr das ganze Jahr über die ganzen Aufgaben erledigt für das Verpackungsgesetz, um hier keine Probleme zu bekommen. Falls du neu dabei bist auf diesem Kanal und dich gerne für den Onlinehandel und E-Commerce interessierst und den Verkauf auf Amazon und Ebay, dann abonnier gern diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du keine weiteren Informationen und News zu dem Thema Onlinehandel. Alle Informationen, die ich euch hier bereitstelle, findet ihr unten in der Videobeschreibung sowie Erklärvideos zu diesem Thema Verpackungsgesetz, auch unten in der Videobeschreibung. Falls schon Fragen sind zu diesem Thema und anderen Themen, natürlich gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen. Lass uns mal beginnen mit der Präsentation. Ich habe hier eine vorbereitet für euch und hier geht es um die einmaligen Aufgaben. Falls du neu in den Onlinehandel startest, solltest du natürlich dich mit dem Verpackungsgesetz auseinandergesetzt haben und schauen, was dich hier betrifft und ob es dich überhaupt betrifft. Aber in den meisten Fällen betrifft es fast jeden Onlinehändler, der Sendungen versendet im Versandhandel. Und das Ganze habe ich hier in vier Schritten gegliedert. Erstens solltest du dich, wenn du gerade planst, einen Onlinehandel zu starten und dich vielleicht registriert hast, dann solltest du dich hier bei der zentralen Stelle im Verpackungsregister über das Melderegister Lucid anmelden. Wie du siehst, habe ich dazu bereits ein Video gemacht. Das kannst du dir gerne oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung anschauen. Da werde ich das Ganze verlinken. Und da zeige ich, wie du dich richtig registrierst, um keine Fehler zu machen. Ich kann dir das einmal hier zeigen. Wir haben hier diese Seite im Lucid Verpackungsregister. Hier solltest du dich dann richtig registrieren. Hier gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten, um hier keine Fehler zu machen. Wie gesagt, Schritt-für-Schritt-Anleitung in dem Video. Kommen wir zum Schritt Nummer 2. Da solltest du dann die Verpackungsmenge einmal berechnen. Das kannst du mithilfe eines Lizenzrechners durchführen. Es gibt verschiedene Dualsysteme, die du dafür nutzen kannst. Ich habe da einen klaren Favoriten. Und zwar ist das hier der grüne Punkt. Ich kann dir hier einmal zeigen, welche Möglichkeiten es da gibt. Es gibt nämlich hier diese verschiedenen Dualsysteme. Es gibt viel mehr. In den meisten Fällen ist der grüne Punkt hier an erster Stelle. Auf verschiedenen Vergleichsplattformen kannst du das sehen. Und dementsprechend empfehle ich das Ganze. Ich habe dir unten in der Videobeschreibung mal einen Link dazu verlinkt. Wenn du über den Link in der Videobeschreibung draufklickst, dann kommst du hier auf diese Seite. Der grüne Punkt. Hier hast du nämlich die Möglichkeit, dich nochmal zu informieren. Dann kannst du hier den Lizenzrechner direkt aufrufen und kannst dich im Kundenportal einloggen, falls du bereits registriert bist. Ich klicke mal auf den Lizenzrechner. Und hier hast du die Möglichkeit, ab 2019, als das Verpackungsgesetz in Kraft gerufen wurde, deine Verpackungen zu lizenzieren. Jetzt beispielsweise 2024, möchtest du deine Verpackungen lizenzieren lassen. Dann klickst du auf Weiter und hast hier die Möglichkeit, dann von Glas über Papier, die meisten wird natürlich das Papier betreffen und Kartons, aber auch Kunststoffe, Aluminium und viele andere Stoffe, die recycelt werden müssen. Dann kannst du hier die Kilogramm, ganze Kilogramm angeben, um dann zu kalkulieren, was du im Jahr an Verpackungsmüll bei dir anfallen werden. Du hast hier auch die Möglichkeit, eine Verpackungsberechnungshilfe zu nutzen. Zum Beispiel sagst du, ich verschicke Kartons. Da hast du dann die Möglichkeit, die Maße und Größen der Kartons anzugeben. Hier haben wir direkt die Möglichkeit, die Stückzahl der verschiedenen Kartons anzugeben. Das ist dann ganz einfach gemacht, um dir das Berechnen zu erleichtern. Wenn du sagst, du füllst dein Paket mit Füllmaterial aus Papier aus und benutzt dazu noch Packband, dann gibst du hier zum Beispiel 100 Stück ein und drückst auf Werte übernehmen. Und schon hat er dann die ganzen Werte übernommen, wie zum Beispiel 30 Kilogramm Papier und 1 Kilogramm Kunststoffe. Und das hat hier einen Preis von 36 Euro Mindestpreis, zuzüglich Mehrwertsteuer. Und ja, dann kannst du hier noch den Gutscheincode für dich eingeben und dann sollte das für dich auch noch berücksichtigt werden. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung findest du dazu und kannst das Ganze für dich mal kalkulieren. Dazu habe ich aber auch ein Video gemacht, wie du siehst, wo du das Ganze nochmal explizit erklärt bekommst, wie die Berechnungshilfe funktioniert, um hier keine Fehler zu machen. Schritt Nummer 3. Schließt du den Lizenzvertrag mit dem dualen System ab, gibst deine anfallenden Verpackungen Gewichte an und kannst das Ganze, wie hier auch schon gesagt, über den grünen Punkt zum Beispiel machen und dann lizenzierst du das Ganze. Dann bekommst du auch eine richtige Lizenzvereinbarung und Lizenzvertrag ausgehändigt und bist auf der sicheren Seite. Schritt Nummer 4. Solltest du dann im dualen System die anfallenden Mengen und festgelegten Mengen dann im Lucid Verpackungsregister eintragen. Du musst das immer parallel machen, um das Ganze wirklich auch exakt genau zu machen und welche Auswahl du da treffen musst, erkläre ich auch hier in einem Video. Kannst du dir auch gerne oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung anschauen. Kommen wir zum nächsten Folie und zwar werden hier die jährlichen Aufgaben sowohl im dualen System als auch im Lucid Zentralregister erklärt. Und zwar, wichtige Daten, die du dir auf jeden Fall in den Kalendern notieren kannst, ist der 31.12. Bis dahin solltest du die Mengenprognose abgegeben haben für das folgende Jahr. Bedeutet jetzt in 2024, falls du das Video in diesem Jahr siehst, solltest du bis zum 31.12. eine Mengenprognose fürs nächste Jahr abgeben. Warum? Weil du einfach schon eine gewisse Kalkulation berechnen solltest, um hier in dem nächsten Jahr die Mengen anzugeben. In der Regel wird es vielleicht das gleiche sein, aber das kannst du halt anhand deines Aufkommens, Bestellaufkommens und Verpackungsaufkommens einfach kalkulieren. Warum der 31.12.? Weil man dann halt bis Ende des Jahres sieht, was ist in dem jetzigen Jahr angefallen, um dann das darauf folgende Jahr das Ganze schon mal vorab anzugeben. Ich würde es auch in deiner Stelle direkt im Dezember machen. So hast du nach dem Weihnachtsgeschäft auch eine gute Übersicht, wie viel Verpackungsmüll angefallen ist. Des Weiteren, das ist auch das wichtige Datum, was jetzt ansteht, falls du das Video jetzt siehst, und zwar bis zum 15.05., also 15. Mai. Dieses Jahres und jedes Jahres tatsächlich solltest du die Jahresabschlussmenge für das vergangene Jahr angegeben haben. Das bedeutet, du hast jetzt zum Beispiel Verpackungen gehabt und du hast kalkuliert, es waren weniger als zuvor angegeben. Du musst nämlich nicht immer exakt die Verpackungen angeben. Es kann nämlich sein, dass du ja weniger Verpackungen verkauft hast bzw. versendet hast und weniger Verpackungsmüll so aufgetreten ist. Und dann kannst du jetzt bis zum 15.05. die genaue Menge angeben, wie viele Versendungen hattest du gehabt. Das kannst du auch ganz einfach über die Berechnungshilfe angeben. Sollten es mehr geworden sein, gibst du natürlich mehr an, sind es weniger, gibst du weniger an. Und hier ist es auch möglich, dass du dann von dem dualen System Geld wieder bekommst, falls es weniger Verpackungen angefallen sind. Auch bis zum 15.05. ist eine Vollständigkeitserklärung beim Lucid-System anzugeben. Aber das betrifft wirklich die wenigsten, weil hier handelt es sich zum Beispiel um Verpackungen und Kartons über 50.000 Kilogramm. Das reichen natürlich die wenigsten, ist aber tatsächlich möglich. So und im Laufe des Kalenderjahres kannst du natürlich jederzeit Anpassungen vornehmen, dass zum Beispiel von einer gewissen Verpackung weniger aufgekommen sind. Dann versendest du vielleicht mit irgendwelchen Plastiktüten und so, dann hast du natürlich mehr Kunststoffe. Und so kannst du das Ganze übers Jahr hinweg immer die Verpackungsmengen anpassen, um hier dann dementsprechend auch die Kosten gering zu halten. Ich habe hier noch einmal so eine kleine Übersicht für dich, damit das einfach mal bildlich zu sehen ist, was im Jahr so an Aufgaben auffällt. Also erstens von Januar bis zum 15. Mai, also wichtiges Datum, jetzt bevorstehend, solltest du die Jahresabschlussmenge melden, sowohl im dualen System als auch im Lucid-Register. Und jedes Jahr bis zum 31.12., da wie gesagt bis zum Dezember, am besten im Dezember, Mitte Dezember, die Planmenge, die für das Folgejahr aufkommt, hier melden. Es gibt auch Möglichkeiten, dass man zum Beispiel bis August bei manchen dualen Systemen etwas meldet, um hier die Erstattung schon vorab zu bekommen, falls es sich an den Mengen etwas getan hat und zwar weniger geworden ist. Aber über das ganze Jahr hinweg automatisiert sich bzw. verlängert sich der Vertrag immer um das nächste Jahr. Du hast hier, wie gesagt, schau dir genau die Vertragsdaten an. Du hast hier meistens drei Monate Kündigungsfrist, falls du dann irgendwann nicht mehr mit dem dualen System arbeiten möchtest oder den Verkauf einstellst, den Online-Handel, dann hast du immer Zeit, den Vertrag zu kündigen. Und ansonsten würde sich das jährlich immer weiter erweitern. Wichtig ist halt nur, dass du die Mengen immer anpasst, weil sonst, falls du die Mengen für das nächste Jahr nicht angibst, dann übernimmt das System in der Regel, das duale System, deine Verpackungsmengen vom Vorjahr für das Folgejahr. Das bedeutet, dass falls du in diesem Jahr zum Beispiel 100 Kilogramm Verpackungsmüll hattest, wird im nächsten Jahr auch mit 100 Kilogramm Müll gerechnet. Da, wie gesagt, immer gut anpassen, falls es weniger geworden ist, ist es natürlich immer zum Vorteil. So viel zu diesem Thema. Falls Fragen, wie gesagt, sind, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich gehe so schnell wie möglich drauf ein. Ansonsten alle Informationen unten in der Videobeschreibung sowie die Erklärvideos zu dem Verpackungsgesetz und den jeweiligen dualen Systemen, wie du das Ganze richtig einstellst. Ich freue mich, wenn dir das Video geholfen hat. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Viel Erfolg weiterhin beim Online-Handeln und alles Gute. Ciao.